Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Also streng genommen ist Deutschland weder im Lockdown noch im Shutdown. Es ist von beidem ein bisschen, aber keines so richtig. Beide Begriffe kommen ja aus dem englischen Sprachraum. Lockdown steht für abriegeln, so zuschließen. Das hieße, bestimmte Gebiete in Deutschland dürften weder betreten noch verlassen werden. Es gäbe eine Ausgangssperre. Haben wir aber nicht. Shutdown steht für Herunterfahren, ursprünglich im Zusammenhang mit Computern. Mittlerweile ist damit das Herunterfahren der Wirtschaft gemeint. Betrifft in Deutschland aber nur einzelne Bereiche, stimmt also auch nicht so richtig. Wenn wir uns für einen der beiden Begriffe entscheiden müssten, dann wäre teilweise Shutdown am ehesten zutreffend. Klingt vielen Politikern aber zu sehr nach Schießen. Deshalb wird Shutdown meist gemieden. Radio SAB deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Auch jederzeit zum Nachhören in unserer Mediathek auf radio-sab.de